ja und hey alle zusammen ich bin es wieder die hexe und jetzt habe ich mich mal an den warlock gewandt am anfang hat er mich nicht so gefallen also ich fand den titan vorher ein bisschen besser auf jeden fall jetzt gefällt er mir ich habe da echt jetzt ein bisschen an rum probiert teilweise war ich zwischendrin ein bisschen verzweifelt weil ich mir gedacht habe kann auch nicht wahr sein warum funktioniert das nicht aber ja und noch eine kleine anmerkung wenn euch mein content gefällt lasst gerne ein abo da denn das unterstützt mich wirklich sehr ich habe jetzt über 600 ist echt wahnsinn vielen dank und mein nächstes ziel aber ohne zeitbegrenzung sind dann die tausend mal schauen wenn ich die erreiche ja machen wir weiter und jetzt ganz kurz nur ein bisschen plan werbung denn wir sind immer wieder auf der suche nach neuen hütern und ganz wichtig bei uns geht natürlich das privat leben vor und ihr könnt auch grad sehen was wir bieten muss wir voraussetzen und wenn ihr lust habt könnt ihr gerne beitreten die links sind unten in der beschreibung also wir haben auf jeden fall als super die slow war bombe also die katastrophe die schön langsam fliegt und schön damit macht er noch mal granate habe ich jetzt gerade die vortix planate dabei die hat sich jetzt am besten rausgestellt was ich da ausprobiert habe dann haben wir bei den aspekten kind der alten götter dabei wenn wir nämlich dann einen rift machen bekommen wir eine leere seele ich glaube so für 20 25 sekunden und wenn wir dann ein gegner anschießen bekommen wir nämlich da also fliegt die seele nämlich dann dahin und ungefähr wie beim bogen vom hunter werden feind auf jeden fall festgebunden und bekommen mehr schaden und dann haben wir noch die leere füttern dabei nämlich wenn wir dann gegner mit fähigkeiten aus der leere killen bekommen wir verschlingen und verschlingen ist ja dafür da dass wir erhöhte granaten regeneration nahkampf und auch ihre generation haben und noch dazu wenn wir halt gegner töten die hier mit eingefangen wurden sage ich jetzt mal bekommen auch verschlingen also das zählt mit als fähigkeit was ziemlich cool ist so dann die fragmente ich habe auf jeden fall echo der veränderung dabei dass nämlich dann feinde mit leere explodieren das ist auf jeden fall nicht schlecht dann echo echo der schwächung dass unsere granaten nämlich ziele schwächen dann habe ich noch dabei dass nahkampf todesstöße granaten energie gewähren und es ist nicht nur aufgeladene nahkampfenergie sondern auch normale nahkampf angriffe die nicht aufgeladen sind ist schon cool wenn da noch so ein stück fehlt macht man ein paar mit einer nahkampf attacke da weg und dann geht das und dann noch echo der versorgung werden wir dann mit zielen granatenschaden zufügen was bei der vortex granate ja ziemlich gut funktioniert bekommen wir auch nahkampf energie man könnte jetzt noch das andere aspekt hier mitnehmen das für unsere granaten aufladen können dadurch werden sie stärker und halten länger andere granaten bekommen dann halt noch ein zusätzliches feature sage ich jetzt mal vortex granate ist größer und hält länger axiom blitz bekommt halt noch so zusätzlichen sucher die streue granate sucht ziele in der nähe auf was eigentlich auch in exo macht und die magnet granate wird nämlich dann zur kleinen supernova aber ich habe mich hierfür entschlossen und damit funktioniert es auch ziemlich gut ja welches exo sollte man denn am besten mitnehmen ich habe mich jetzt bei den ganzen choice mal auf nezarek sünde fokussiert und das funktioniert echt ziemlich gut wenn ich nämlich dann kids mache die von lehre betroffen sind bekomme ich nämlich eine erhöhte nachladerate von meinen fähigkeiten ist ganz nice auf jeden fall dann könnte man noch braue der wahrheit mitnehmen wenn wir nämlich dann waffen todesstöße mit dem schadenstyp unseres fokusses machen also mit lehre gewährt uns das todeskampf wodurch wir schadensbonus für die granate und granaten energie bekommen haben wir dann todeskampf aktiv und wir werfen eine granate bekommen alle verbündeten unserer näher erhöhte granatenregeneration ist auf jeden fall ziemlich ziemlich nice support dann haben wir noch kontroverser halt wenn wir nämlich dann während wir eine granate aufladen schaden kriegen ist er reduziert was ziemlich cool ist und wenn wir mit einer aufgeladenen granate schaden zu fügen bekommen wir auch sofort energie zurück das heißt wir müssen das machen was ich gerade gesagt habe wir packen das weg und packen uns das hier rein damit wir halt granat noch aufladen können ja dann könnte man natürlich auch noch handschellen des nichts dazu nehmen wir bekommen nämlich eine zusätzliche streugranate und diese streugranate sucht ziele in der nähe ist auch ziemlich cool da müssten wir halt dann das mit dem aufladen nicht nehmen weil das ist ja das gleiche was es auch macht oder man könnte auch noch auge einer anderen welt mitnehmen hier bekommen wir nämlich auch erhöhte regeneration unserer fähigkeiten also bei exos kann man eigentlich eine bunte mischung nehmen was man gerade möchte was einem passt aber ich habe mich wie gesagt jetzt für nesarek sünde entschieden ja dann mal der mod also wie man schon gesehen hat ich habe hier flüchtiger fluss dass ich flüchtige geschosse vielfalt dazu bekomme und ganz wichtig dass ich mit waffen die meinem fokus entsprechen schnelle kids mache bekomme ich sphären der macht ist auf jeden fall ziemlich nice support dann für andere die auch die dinger brauchen und bitte nicht auf meine stats achten das ist ja alles noch im aufbau die mods sind trotzdem drin dann habe ich hier auf jeden fall einen stasis arm wo ich mir dann nämlich granaten kickstarter reinpacken kann am besten zweimal oder man könnte auch hier dann noch nahkampf kickstarter mitnehmen denn wenn man hier so eine fähigkeit aktiviert mit der mod bekommt man ungefähr ein viertel direkt zurück und das ist echt ziemlich nice und ich habe auch noch quelle der macht dabei das finde ich nämlich dann eine elementar quelle von meinem fokus aufnehme bekomme ich auch dementsprechend auf eine elementarwaffe die mein fokus entspricht einen schadensbonus und das ist nice so auf dem auf der brust habe ich jetzt noch hoch energetisches feuer mitgenommen dass ich nämlich dann ungefähr einen schadensbonus von 20 oder 30 prozent dazu bekomme was ich dann mit ladungsaufnahme nämlich aktivieren dass wenn ich nämlich eine sphäre der macht aufnehme ich dann diesen buff habe das heißt ich habe diesen buff einmal also mit licht aufgeladen hoch energetisches feuer und dann habe ich noch quelle in der macht drin ja schon ein bisschen bisschen mehr damage und damit ich natürlich auch noch ein bisschen elementar quellen machen kann habe ich hier auch noch elementarnachschub dabei wenn ich mich dann ein kämpfer mit meiner granate töte was ziemlich oft passiert bekomme ich nämlich dann eine elementar quelle und ich habe hier noch die season mod dabei verschlingt stark wenn ich nämlich dann unter verschlingen bin also gerade davon profitiere macht meine super nämlich noch ein bisschen mehr schaden ja ja schon geil so an sich waffen ihr solltet auf jeden fall eine leere waffe dabei haben dass das halt auch alles funktioniert ich habe jetzt die trichtern ist dabei die magenknurren habe ich auch ausprobiert es geht aber auch um fusion rifle oder eine primärwaffe mit osmose würde jetzt auch funktionieren denn man die ganze granaten schmeißt und heavies habe ich jetzt gerade noch palmyra b dabei seit ein ziemlich starker raketenwerfer aber man könnte natürlich jetzt auch noch einen leeren raketenwerfer mitnehmen da man ja hier durch quelle macht erhöhte leere waffenschaden dazu bekommt aber an sich sind die beiden waffen ziemlich egal ja an sich war es doch also was gerne ein like und ein abo da und kommentiert auf jeden fall was ihr von dem bild haltet ob ihr vielleicht auch noch irgendwelche anderen ideen habt die man vielleicht noch einbauen könnte und ja dann sehen wir uns das nächste mal ich mache auf jeden fall noch ein titanbild ich mache auch noch bilds von den anderen fokussend und vor allen dingen will ich noch ein video machen wie man materiellen bekommt ich habe nicht so viel ja dann bis zum nächsten mal tschüss